sagten sie nicht etwas von einem geleitschutz ja bin ich bin ich da nicht doch genau wie sagten sie nicht was vom geleitschutz ich bin doch da expedition eine krake das unwetter verzieht sich und eine hülle fast dicke tentakeln so lang wie zehn männer die sich durch das wasser tasten die kreatur aus den legenden bewegt sich in voll mit vollem tempo auf das schiff zu töten das dinge davon kommen sie besitzen herzensgüter die Wende der in der Wind ist für ein solches manöver perfekt die Navigatoren und sie Leute flitzen auf ihren Posten bringen Schiff und Sturm in Einklang schluss ja okay dann um weiter ich werde doch gerade angegriffen wo bereit für neue befehle so mag der fahren bitte zum glück ist er erst ja so schnell auch die alte dame das weil ich dir sagen jetzt werden beide aufgehalten der hat eine verlangsamten Schuss oder was gut also Prozent was ich eigentlich sagen wollte herzlich willkommen ein Feuer ist ausgebrochen zurück zu Arno 1800 und ihr merkt schon wir werden also uns wird keine Ruhe gegönnt äh Feuer natürlich hier aber da habe ich ja Feuerwerk genau das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen ich sollte nicht nach mehr fragen wir haben alles was wir uns hier erhofft haben einen Springbrunnen bauen ja warum denn nicht ähm 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 warte springbrunnen äh wohin vielleicht hier hin wir werden auf sie anstoßen wir werden auf sie anstoßen wir werden auf sie anstoßen mit einer Kartoffel n n da sind wir sehen komisch aus aber der kommt auf jeden Fall an dann warte die hat noch entschuldige falls ich gleichgültig wirken äh Meeres Schildkröte haben wir glaube ich schon Meeres Schildkröte haben wir glaube ich schon Meeres Schildkröte haben wir glaube ich schon warte die Flammen wurden gelöscht genau grüne Meeres Schildkröte genau das die haben wir schon Schiff unter Beschuss ehre wem Ehre gebührt laufen ja da wird ja jetzt trotzdem noch gespeichert ja so dann Tuka ich mal zurück und äh geh mal zur neuen Welt ah hier ist auch noch was stimmt das haben wir ja letztes Mal gesehen hast du nichts wichtigeres zu tun als einem alten Mann den Berg hoch zu helfen ich bitte nur ungern um mehr du warst immer gut zu uns ok finde Miguel es ist sehr sehr gut gemacht äh und was ist das ein Item wahrscheinlich genau Produktion äh Fischerei und Perlenfarm oh das ist schön das ist gut wo ist mein Hut hohoho ich bin zu lustig äh gut also wie sieht es hier aus das Lager ist voll ja da können wir ja mal ähm hier ein bisschen oder wir machen ein Lager ähm ähm lelalalala Depot genau warte hier warte was ist da warte was ist da ah ja ich will ja hier hin komm ja was denn jetzt schon wieder Kneipen Kalamitäten die Raufbeute äh Raufbeute wollen es ja nicht anders an jeden Hafen gibt es eine verruften äh eine verrufte ach Tavern und diese ist keine Ausnahme als die Mannschaft gerade an die Teegate ein kühles Bier genießt fliegt die Tür auf der Barmann erstarrt und die Gespräche verstummen die Neuankömmlinge sind Stammgäste der übsten Sorte einer der ungepflegtesten Männer rempelt den Schiffarzt an und schnauft als der Alkohol auf seine zerrissene Kleidung spritzt er packt den Arme okay sie wollen kämpfen na los äh anbieten ja komm es scheint nicht zu funktionieren wenn sie mit freundlich zu lösen äh lädt die Mannschaft die Männer ein zieht sie gemeinsam auf ihre der Alkohol lässt ihn gerade nicht los und zeigt ihr ein paar Mal ein Glas von jeden sagt er und eine Flasche von ihren Besten was auch immer das ist viel mehr als ich je trinken könnte und viel mehr als sie vermeiden ok ok was jemand hat sich ja selbst überschätzt ja als der Asti ja 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 der ist tot oder was alter voll nicht okay hier 10 steine brauchen wir hier so quark was sind hier meine warte genau jetzt haben wir hier bisschen weiß ich bin zuversichtlich dass wir es jetzt haben der idiot ist zurück ich hab sie für den fotografen gehalten ja doch bei ihnen ist alles möglich okay warte wo habe ich jetzt die spielstand gespeichert die rindfleisch farm gemacht durchs hier oben was kann ich für dich tun hat genau da war ich gerade dabei stimmt stimmt ja gut dann machen wir hier noch mal ein lagerhaus ein lagerhaus und noch mal rinder also eine minute eine minute 30 sekunden da brauche ich fahr mal also zwei kann ich mir noch leisten hatte mal her mhm mhm so geht das so jetzt habe ich zwei meist habe ich drei also kommt noch mal eine daher hier aber passt der da hin mal schauen einmal hier einmal da einmal da einmal da einmal da ja hier ist er jetzt äh bisschen hässlich aber das ist schon in Ordnung gut warte dann ähm machen wir hier nochmal vier hin ähm so jetzt kann ich es auch sehen gut mhm ne brauchen wir nicht die sind alle zu viel ne genau die wollen genau dann kann ich ja warte mal warte mal warte mal genau dann kann ich ja von ähm ähm hier noch eben fleisch holen annehmen raus und dann einladen annehmen und hier raus genau wird entladen genau ja passt gut dann passt das hier ja wie geht's denn in meinen Kriegsschiffen flotte bereit flotte bereit brr auf abfangkurs laufen koordinaten an das minenfeld beim ausruf minen ein ein alle zum bug und natürlich erwiegen sich mehrere dieser grauenhaften kegel verführerische unter der wasserbefläche wer weiß wie viele dieser hellmaschinen bereits passiert haben ähm oder wie viele uns oder wie viele uns noch erwarten eine falsche bewegung in diesem Schiff unter Beschuss ähm diplomatische papiere navigation war bis jetzt immer ganz gut zwischen den stehen dichtes minenfeld wir können eine vorrichtung frei zu machen entweder das oder wir versuchen einfach ja wir haben es geschafft es funktioniert ruft der ausguck äh okay ok super wir haben nichts zu befolgen ja äh dann krieg weise uns den weg zum horizont wo die flamme der freiheit brennt hoi ja klar hey ich vertraue dir ich ich check gerade gar nichts hä ok warte ich stelle mich mal hier rauf so äh nee nee warte 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 der der leuchtturm war ja nur halb drauf das geht das geht mal gar nicht so schon besser bei dir erscheint alles so einfach ja Foto machen ist ja auch einfach wenn man fliegen kann gut äh was geht hier ab warte warte beginnt geleitschutz genau einfach mal geleitschutz geben dann hier haben wir jetzt äh wirklich ähm die feierlichkeiten sind beendet mais und rindfleisch noch nicht dann erwarten wir noch ein bisschen bis wir rindfleisch bekommen in der Stadt hat sich verringert ja warum denn was ist denn hier sie helfen uns oder ja 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 dann lassen sie mal hören nur ein wenig Beachtung mehr braucht es nicht okay Produktivität geht geht sowas von krass in die Höhe beeinflusst alle Eisenhütten und Schmieden Produktivität plus 50 Brandgefahr plus 30 Attraktivität minus 2 reizender Tag für eine Küstenwanderung nicht wahr Unorte Umweltverschmutzung Kultur jetzt ein bisschen hoch oder oder ja mh 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 Esel Komponier und ja, passt auch Okay Gut, ähm Was bauen wir jetzt hier nochmal? Hospital Geht's gut Feuer, äh, Polizei Passt auch Hier kann sich meine Seele entfalten Ah, genau Pelzmäntel Genau Um Pelzmäntel zu machen Brauchen wir hier, äh Warte mal Nee Ich mach Boxer Goldmine Warte mal Wenn la familia glücklich ist, bin ich es auch Wir brauchen doch Baumwolle dafür, ne? Genau Und wann bekomme ich Baumwolle? Wahrscheinlich muss ich halt dafür mehr Hochpushen So, dann push ich mal Die drei Die vier noch hoch So, und dann Ähm Fange ich mal an Warte mal Neue Ziele Spielstand Genau 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 Genau, genau Das ist gut Kein Kapitän könnte Okay Oh Mann Ah, wenigstens einer Gut, aber die da Ja Haben wir ja schon Na gut Neue Befehle? Ja Eure Items Also, habe ich schon abgegeben Gut, dann Äh, die Töte Die Menschen lassen sie hochleben Wird hier nochmal Genau, warte Jetzt muss ich mal schauen Oh, das ist nicht gut Warte Also, das passt nicht Ja, das sind Vierer Okay Also Ja, okay, dann Mache ich das so Genau Das ist ja jetzt ein bisschen blödestes Ja, oder Vielleicht ist es ganz gut Die Waffenruhe wurde beendet So Kriegschef meldet sich zum Dienst Genau, dann kannst du jetzt mal Wieder Nee, kannst du nicht Okay Ähm Warte mal Kann ich die hier auch verkaufen? Ach, verdammt Ähm Warte, dann Tu es mal wieder zurück Flaggschiff erwartet Anweisungen Ich schau mal Ich schau mal Ich schau mal da hoch Suchst du etwas Bestimmtes? Museum Dann bekomme ich ein Museum Warte mal Wahrscheinlich mit den Äh, ganz großen Mit dem Hm Warte Ich schau jetzt mal nochmal Was ich dafür brauche Die Insel eines Konkurrenten Wird belagert Genau Baumwolle Und Weberei Genau, das muss beides drüben passieren Adel Ich fürchte, ich bin Ja, ich fürchte Die neue Welt Aber hier kann ich das noch nicht machen Nicht Ach doch, oh Gott Oh, ist das dämlich Hm Super Gut, also 10 10 Gut, 30 Eine Minute Also 2 zu 1 Gut, dann Aber die brauchen wieder sehr viel Platz Feuer wütet in einer ihrer Fabriken Ja, aber die sind Das ist ja schon Schon genau So, der hat auch genug So, super Äh, 2 zu 1 Und dann noch ein Lagerhaus daneben Super Gut Hä? Spielstand gespeichert Was wird da unten? Ach, das ist doch Jus Ja, ich kenne ? Ich kenne Was wird da unten? Ich kenne Das ist doch Das war's für heute. Das war's für heute.